hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar dieses mal wieder aus nordfrisch marschbrück wunderschönen guten tag wünsche euch in der letzten folge sind wir beim mülk verkaufen stehen geblieben das haben wir abgeschlossen und der andere seht noch an der ist in zwei minuten fertig und jetzt ist der arsch wieder unkraut drauf und jetzt würde ich sagen gehen wir auch mal pflanzenschutz auffüllen da haben wir beim händler noch einen tank da ist frustrieren und ja jetzt wollen wir mal zum hinleiten das aufhören und dann kann man das unkraut damit bekämpfen so die hufe sollte ich die letzte folge gefallen schreibt es gerne mal was sie verbessern soll in die kommentare ob so passt und jo und dann würde ich es auch noch mal weiter so grafen wir nur an ingens es füllt auf so da ist voll können wir gleich zum kalt fahren und dann können wir den gerne einstellen oder machen wir es selber und dann geht es eben dahin dass wir jetzt auch mal fertig gut es ist ja cooles geschwollt was wir machen So, dann fahren wir dort noch hin. Die Spiegel bringen voll, weil da ist hinter der Tankeweg. Eieiei. Ah, der sieht doch noch an. Meine Pflegebereifung drauf, das ist nichts. Ich muss jetzt wieder aufschütteln. Mama mia. So, schauen wir mal schnell. Mann, die letzte Bohnen. Ja, gehen wir schnell auf, dann passt das. So, dabei kann der andere ausklappen. Schon fertig, dann fahren wir mit der Spitzel rüber, dann ist das so ein Quartalik. Dann passt das. Okay, jetzt funktioniert es wieder nicht. Oh mein Gott. So, dann gehen wir schnell den letzten Bohnen fertig machen. Jetzt muss man schauen, wo wir uns zu dünnen haben. Mal schauen, wo er aufhört. So, dann geht's. So, der ist fertig, aufgekloppt, ich glaube, wer ist es da, so, nochmal rausgeschminkt. Schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben dabei, nix eigentlich, oder ob Dünger ansteht, oder so. So, dann passt das so, und dann ist das U-Kreid auf den Völk auch schon fertig. Jo, jetzt haben wir 31.444 Euro auf dem Konto, schauen wir damit, dass wir einen Mehrwert oben haben, damit wir wieder was bekommen können, Produktionen oder so. Schauen wir zuerst einmal da, der ist fertig, können wir wegmachen. Stellen wir mal auf den Hof, und dann schauen wir weg. So, dann schauen wir mal auf den Hof, und dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben, aber jetzt werden aber eh nix sein, und dann schauen wir weiter. So, dann ist das U-Kreid auf den Hof, dann ist das U-Kreid auf dem Feld, dann müssen wir wahrscheinlich noch düngen später, aber das können wir nachmachen, bis soweit ist. Da ist das U-Kreid auf den Hof, und dann schauen wir mal. So, schönes gesprungen, schöne Spritze, dann passt das, jo, schreibt es immer gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne Spiele sehen wollt, oder was ihr immer empfehlen könnt, dann schau ich mal gerne an, dann passt das so, ja, jetzt lassen wir dann rund wieder was stehen, aber das macht ja nichts, ein bisschen, kann man nicht stehen bleiben, ja, dann kommt wahrscheinlich dann Mais häckseln, und dann, aber das dauert nur bis das fährt, bis da, wird wahrscheinlich mehrere von Mais häckseln kommen, und ja, so, da lang, Jo, geht gleich langsam dahin, dann wird 12 km, aber neuer, es geht schon dahin, dann werden mal schauen, was wir noch so zu machen haben, so passt das, so, das ist fertig, so, passt, schreibt es immer gerne in die Kommentare, wie berechtigt es später ist, und ja, passt, bei dem TN. oder ist er активment. Mas nächstes mal unterschiedlich. So meine Freunde, ihr hufe, es hat euch die Folge gefallen, wenn ihr heute noch Lust zu gefallen, wenn ihr keine Bewertung habt, schreibt es in den Kommentar, schaust du zum nächsten Mal wieder vorbei, bis dann, macht's gut, ciao.